willkommen mein name ist dann die welt und ich begrüße euch zurück zu let's play ich habe mal kurz einen raum generiert mit gegner und noch ein bisschen so kurz vor dem up trainiert und ja ich habe mich kurz vor dem up gelevelt noch vor dem nächsten kampf und ja er ist eine folge haben wir ja den schattenbohren erledigt jetzt machen wir hat man jetzt ist mal das auf dem weiteren bachkampf verbreiten wie es ausschaut weil wir konnten ja schon so sehen aber wir hatten ja noch die chance zurück zu gehen dann kann man natürlich genutzt und ich habe einen stufel sehr gut aber noch mal den er ich mache kalt machen und aber auch nicht anders kraft da wieder zurück das war ich da machen wir in diesem boss platt welcher ich jetzt annehmen ist der eine kollege 6 jahren session wie auch immer mal den ausspricht ich glaube sechs jahren und ja aber vorn steht so war was nun sora it's me what stop it sora don't you recognize me yeah i recognize you i can see exactly what you've become how can the light hurt you riku have you really become a creature of the dark you're not riku anymore you're just a pawn of the darkness so be it it's time for you to face the light it's time for you to face the light fading away fading away into the light you won't fade you can't fade there's no power that can defeat you not the light not the dark not the dark so don't run from the light and don't fear the darkness because both will make you stronger make me stronger darkness too yeah strength that's yours the darkness inside your heart it's fast and it's deep but if you can truly stare into it and never try to look away you won't be afraid of anything again all this time i've tried to push the darkness away you've got to just remember to be brave know that the darkness is there and don't give in if you do that you will gain strength the kind that's unlike any other you'll be able to escape the deepest darkness and i'll be able to see through the brightest light follow the darkness it'll show you the way to your friends can i face them? you don't want to? you know i do of course and i will with my strength my dark strength my dark strength darkness impossible how is it that you found me? when you were there in the light you reek of darkness even the light can't block the smell i guess i followed the darkness right to you this is absurd then i shall make you see that your hopes are nothing nothing but a mere illusion you come back you but you with me you 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 Oh I'm spent Hey er hat auch damit ich bin die ganze zeit wo sie nicht kann ich ganz groß wenn sie ist das schlecht für dich dann wohl meine karten also sind meine ganzen karten meine karte bist du denn ich habe mich voll fettig also der kampf also auf damit Da geht mir die Karte nicht noch ab, ne? Alter, was ist das für ein Kampf? Ja, wohl, klar. Ich habe da keine Chance, der hat meine ganzen Karten hier erledigt. Ich weiß gar nicht, worauf ich hier losgehen soll. Alter, er macht mich ja... Das ist so ein blöder Ding. Da sind meine Karten. Was ist das denn? Jetzt kommt er wieder alle in meine Sachen. Na ja. Hier ist was. Ey, das tut er in den letzten Momenten immer ab, ja. Riesig. Boah, ich kann mir überhaupt nicht sagen. Na ja. Oh mein Gott. Das ist verdammt, noch mal treffen. Na ja. Ey, das gibt es doch jetzt nicht. Undau und Null. Vielleicht tot. Oh Gott. Das ist das nicht wahr. Oh Gott, das war... Das war was. Oh, genau. Haha. war ein schlag davor kaputt zu gehen richtig an der kampf war schwer sehr gut sechs jahren ausgezeichnet ja noch mal anders doch bitte er war sehr gut der kampf hat bock gemacht in meinem sinistra modus bleiben nein okay ja ich bin tot ausgezeichnet das war ein guter kampf der bock gemacht habe zwar die hälfte zeit nicht groß was los war aber es war sehr gut okay was kommt denn jetzt noch alles so viel ist ja nicht mehr übrig mich über den ganzen weg kann ich viel an die letzte zeit bekommen also muss ich mal auf und ich bin 50 mehr weitergeht der kampf knapp nein danke ja krass und wir machen ja durch die gegend ich war noch ein bisschen zu viel erfahrungspunkte halt gehe er da hoch dass die erhöhten ebene reiche ja schon wieder da gibt es ja nicht ja vielleicht kämpft ja noch gegen exe weiß gar nicht mal schauen allerdings die kopie von riko die müsste ja auch noch da sein eigentlich weil der ist ja abgauen nachdem auch da ist sieht man auch gar nicht karte weil es ja im letzten kampf noch vor dem oder nach nachdem jetzt kann ich glaube vor dem letzten kampf sogar sogar noch abgauen dass ich von namen und so verabschiedet vielleicht haben wir denen noch der priko story in chain of memory ist damals schon mal durch gespielt aber ich kann mich noch nicht mit daran erinnern ja das angeht meine erinnerungen wohl noch im vergessen ja passt doch chain of memories meine ketten der erinnerungen haben sich gelöst gut sehen noch mehr übrig doch erst dann abend eben was ist hier no one's ever one the darkness the way that he does it's impossible das nach den credits also oh yes the replica of course we can use this riku to defeat the real one axel wouldn't you like to be real all you need is the kind of power that the real riku doesn't have if you can get that you can be a new person not riku nor anybody else you won't just be a copy of someone you will be unique your own self axel what are you saying to him you know he's as good a place to start as any you can't do this so sorry sexy you just found out way too much problem ist ich kenne ja schon die ganze story von king nummer 2 und so ich weiß trotzdem nicht riku was das zu bedeuten hatte jetzt ich weiß dass du es kannst du es fühlst das Grip, das ich auf deinem Herzen habe du hast in die Schmerzen Riku das bedeutet sehr schnell dein Herz wird alles in die Schmerzen ich bin nicht so wie das jetzt also yes you are ja kann't move the deeper the darkness runs inside you the stronger I become controlling you is effortless ich finde es witzig wie mickey ist mal hier soo riku majesty is it you uh-huh tickles this time you're not an illusion I'm so glad that you can make it here I made a promise to you that I would find a way didn't I oh I'm okay don't worry guess I'm just relieved I've I've been alone so long but having someone else around is that's a little overwhelming but how did you make it here I thought it was too far I found a card to help me I needed a way out of the realm of darkness and then suddenly this card appeared right in front of me when I picked it up I could see your heart beyond the darkness that's what let me find you I guess the card thought its place was to be with you maybe you are right okay okay wenn ich mein was gesellschaft vor eriko irrer wert okay ich bin seine einzige gesellschaft das ist auch nicht so gut aber okay hey die macht das licht müsste alles in einem waldchen den zaun halten okay dann öffnen wir mal schnell diese welt und dann können wir glaube ich den padel wenden zur tür könnte es jetzt noch schaffen der post für uns aber heute ja nicht so viel aufnehmen morgen habe ich ein bisschen mehr zeit da kann ich das spiel vielleicht sogar noch beenden oder über morgen keine ahnung heute hat uns zu viel aufgenommen so viel vor aufgenommen so viel vor ich hatte nicht vor so viel heute aufzunehmen so eine güte deutsche sprache ist eine schwere sprache woher am i what is this place oh your majesty you must battle me all alone against my dark powers what's this are you giving up finally ready to surrender to your fate you're not the true Ansem your scent is different the Ansem in my heart smells darker the odor is more foul but your scent just isn't that it's not darkness it's something else I finally understand you're the one who guided me when it started you came to me pretending to be Ansem you gave me the card to make me face the darkness hmm that is correct hmm that is correct Diz or so I am known you I've watched you all along really who are you and what do you want from me for you to choose 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 you are a special entity you exist between light and dark you stand in the twilight you are to meet nominee then choose nominee who's that you will know soon okay dann würde ich aber sagen das reicht für diesen part wahrscheinlich in twilight ein bisschen trainieren meine ap wahrscheinlich und dann mal schauen vielleicht weil ich so lange treten ist meine ap max nun sind müsst ihr eigentlich nicht mehr soweit sein gucke ich meinen beiden an und ja sieht schon so aus jetzt kommen wir nächsten zwei drei parts schon das spiel beenden dann auch nach klima 2 gehen gut dann bedanke ich mich natürlich alle jetzt für zuschauen und sagen dass wir das bis zur nächsten folge bis zur nächsten folge bis zur nächsten folge